Ich werde euch alle töten, das wisst ihr doch sicherlich, oder? Nein, wenn ihr das nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Ihr werdet nach diesem Video unwillkürlich sterben. Entweder werdet ihr von einem LKW überfahren, oder ihr werdet gnadenlos von irgendeinem Objekt zertrümmert. So wie zum Beispiel das hier. Ich werde jetzt meinen Job hier wieder erledigen. Nämlich sterben. Äh, nicht sterben, sondern andere Leute umbringen. Jaja, das ist nämlich mein Job. Ich werde die Regierungstruppen jetzt zur Strecke bringen. Mit einem hinterlistigen Angriff werde ich sie alle zur Strecke bringen. Zunächst brauche ich jedoch erstmal gescheite Waffen. Okay, ich sehe keine Regierungstruppen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sorry, man, aber ich muss jetzt mal... Ich muss hier das aufbauen, tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss hier weg, ganz schnell. Ihr kriegt sich nicht. Niemals. Das war nicht geplant, aber jetzt muss ich auch weiter töten. Ich habe ja schon das, was ich will. Tschau. Ich muss jetzt leider nicht schnell weg. Boah, fuck, habe ich diesen Kraft, Alter. Huhu. Alter, das kommt gerade wie gerufen. Auch wenn es hier irgendwie ein bisschen bugt, aber... Hier geht echt die Popstar schon in dem. Ja, okay, mal gucken, ob ich noch so ein Ding fliegen kann. Bewegungstasten lenken. Wie lenken? Wie fahre ich das Ding? Ich check das Ding. Wie fahre ich das Ding? Da werde ich wohl wahrscheinlich mal hier bei den Einstellungen nachgucken müssen. Tastenbelegung. Flugzeuge. Umschalt links. Keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist. Aber ich werde das mal mit... Mit... F machen. Okay. Ja, der passt. Okay. Dann werde ich jetzt hier schnell abhauen. Ich glaube, das wird nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl bei der Sache. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein. Wow. Okay, das war, glaube ich, der beste Flug meines Lebens. Sorry. Nein. 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 Meine Demo-Zeit wird bald zu Ende sein. So. Was war das? WTF? Hm? Oh. Nein! Okay. Die Statue kann ich auch zerstören. Wird mir eine Freude sein, sie zu zerstören. Okay, wie mache ich dieses Fundament kaputt? Ich weiß es nicht wie, aber es macht nichts. Ich habe auch keine andere Waffen mehr hier. So funktioniert das nicht. Ich brauche... ...einen Granatenwerfer oder irgendwie so aus dem Herz. Tja, wie komme ich schnell an Waffen? Gute Frage. Überlegen wir einmal. Hm. Keine Ahnung, aber das Auto gefällt mir. Hä, was ist denn hier los? Hm, keine Regierungstruppen? Tja, ihr seid leider böse Menschen, deswegen werde ich euch jetzt das Handwerk legen. Ihr wart böse, deswegen werde ich euch jetzt bestrafen. Ich bin der Erlöser von Gott, also werde ich euch jetzt erlösen. Ihr seid Dämonen, tut mir leid. Wie, du bist nicht gestorben? Das erinnert mir schnell. Wir haben feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten! Das war ne Falle! Ich habe doch gewusst, dass das alles ne Falle war. Scheiße, ich muss weg. Ich werde ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich krieg' am euch! Oh, kein gutes Zeichen. Egal, ich werde euch alle umbringen. Ich spiele mit euch ein Spiel. Oh nein, nicht der Baum! Ah! Wow, fuck! Nein! Nein! W.T.F. Einfach nur W.T.F. Okay. Merkwürdig weiß, habe ich das wieder umgelebt. Und es aufexplodiert. Und auch nicht. Doch! Ich glaub's nicht wusste. Wer ist wo? Fuck! Bleib stehen! Ich mach gar nix! Ich brauch nur ne Mix-Fall. Okay, ich denk' ich bin ihm sicher. Gut. Du bist völlig bescheuert, oder? Ja, klar, du bist bescheuert. Ja, klar, du bist bescheuert. Halt's Maul, Mann! Okay, jetzt wird's echt platt. Ich fahr' kein Scheiß zusammen, ey! Äh, was fährst du für'n Scheiß zusammen, ey? Ich brauch' ein besseres Auto. Ey, du Verwünscher, hau da ab! Nein! Okay, ich hau ab! Hä? Was zum Teufel machen Sie da? Sorry! Ich mach' hier nur meinen Job. Upsal! Ich bin leider glaub' ich zu weit. Okay, du kannst dich abhauen. Ich brauch' nicht. Sorry! Es liegt an meinen Fahrkunsten. Okay, du kannst dich abhauen. Okay, du kannst dich abhauen. Wow!